hallo und herzlich willkommen zurück bei rocket league das jetzt gerade genau geladen hat mit mir dabei der rocket meister alias drachenbursche und wir sind schon mit dem spiel mit dem land 16 zum beispiel dabei war unerwartet dass es direkt los ging hier fliegen alle hin und her wir spielen mit sehr gut gemacht der spiel zusammen mit sehr gut aber das wird jetzt nur den spiel eingeworfen wird da mal gleich am anfang wo schön das Ding nach vorne action 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 da geht es gleich wieder los hier am laufenden band die action ja wir sind schön ich nur noch haben schön in ihrer hälfte festgesetzt das ist sehr gut für den anfang noch was machst du was hast du getan ich war nicht mal ein ball dran ich war nicht habe ich nur verpasst den ball aber ich war nicht dran schaut da war ich nicht dran ich weiß deswegen ja 340 das können wir noch ist hier nichts verloren denn noch ist hier gerade erst der anfang du hast mich geschubst du hast mich schon wieder geschubst das tut mir leid Len nein so schön hatte ich den hier so schön hatte ich den hier anvisiert und dann kam irgendeiner und hatte was dagegen es gibt es doch nicht wenn du leute was dagegen haben ja gell nein zu hoch zu hoch aber schön perfekt auf die mitte gewesen ja das wäre möglicherweise von gewissen vorteilen gewillt gewesen habe ich den habe ich schon drinnen gesehen den sich auch drinnen langsam da waren wir zu langsam da steigt man hätte auch richtig ein gift grünes auto bringt bestimmt glück das gift grüne auto das griff grüne griff grün das vergriftet unsere gegner da hast du mir ganz dann besser griften ja das ist gut das ist gut das ist das ist sehr gut sogar weil der andere ihn berührt hat aber das wäre so ein schöner so ein schönes ding war das perfekt erwischt gehabt du hast es mit meinem hinterteil ne vom auto das ist einfach so verlockend ich hätte mir immer hinten rein hab ich nein ich sehe das meistens nicht mal dass ich da hinten rein fahre traurigerweise also wirklich ich sehe es echt nicht erwischt dich immer irgendwie wow das war knapp ja das war's oh apropos knapp dann muss ich hier gegen zwei behaupten weg damit was wieso schießt du mich an wie ist der geflogen bitteschön du hast mich angeschossen das war nicht meine intention das glaube ich dir er ist einfach saukomisch geflogen ah verpasst ihn doch nicht nein er geht genau über mich hab ich extra gewartet dass er wieder runter kommt der ball und dann haut er nein nein fast fast nein sergio mach ihn rein ach drache bursche da stupst er ihn rein da stupst er ihn rein mit der nase ist er da dran und haut ihn rein und da wunderschön ganz dezent ganz klein aber mit großer wirkung filigran würde man fast meinen filigran ein künstler des balles ach mann der drachenbursche kann mit bällen umgehen das ist das naja wow wow fast ja hauptsache der ball bleibt erstmal hier in der mitte ich kau ihn wieder in die mitte rein ja unsere gegner haben da was dagegen oh verdammt da hab ich komplett daneben gehauen was noch eine minute oh da wird es aber da wird es langsam knapp hier mit der zeit mhm oh jungs 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 ja ja ich äußer mich mal nicht zu meiner Rolle ist wo ist er zu wer jetzt sogar längst von mir beziehungsweise ich will ja keine Schuld schuld zu schieben aber nicht es ist immer der der sich nicht wehren kann weil er nicht im tf ist bei uns fall richtig wir sind so gemein wir sind so gemein haha habe ich abgewehrt noch 30 sekunden naja zwei tore wären wir da wohl eher nicht mehr schießen 1 ist vielleicht noch drin ein tor können wir vielleicht noch machen dann spielt nie davon immerhin habe ich das ehrentor für uns gemacht damit unsere ehre gar nicht ganz verloren ist natürlich ist das so reingestupst sag ich nur no no gut dass er verpasst hat der erste der zweite hat ihn nicht getroffen richtig nein arsch fett pön nächstes break out sterne jetzt oh ich hab sterne für mein auto für mein sterne ich hab für mein auto mal was freigeschaltet yay ich hab ein neues auto freigeschaltet das ist auch nicht schlecht ein auto fehlt mir momentan noch hm wobei ich mit dem hier eigentlich schon am liebsten fahren muss ich sagen hm so so wow wow sieht aus als hätte ein vogel draufgekackt was als hätte ein vogel draufgekackt und wärst so nach hinten dann gegangen so wärst so nach hinten verlaufen irgendwie so sehen diese sterne aus naja karo boston ist karo boston ist karo boston jetzt bei uns ja ja glaube ich ja weil die anderen schon alle da sind karo boston jm ist bei uns was und ist gleich explodiert wir hatten kurze zeit vier bei uns im team ne ok ja der andere jm ist auch direkt äh instant explodiert ja sorry 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 warum ball ist doch nach vorne gekommen auch wenn wir zu der abend zwei von uns gebraucht hat dafür aber du war barrel roll ach manu ach verdammt das war's nicht was mein werfragenschlag oder ok ne von mir ach mensch den kann man aber auch gerade machen ach es war pech dass ich den genau angespielt hatte ich wollte ihn raushauen und dann kam er genau auf den drauf ja pech passiert passiert kann man nicht nur besser machen denn ja können wir auf jeden Fall wieder was gewinnen das wäre doch gewinnen so zum beispiel ach daneben aber der andere geht rein jawoll Tor Tor meine vorlage hier ja ich da 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 wollte ich ihn reinhauen oder ja gut dass du es nicht gemacht hast nein Spaß der wäre reingegangen aha ich hab den ball einfach mitgenommen sehr gut ich warte in der Mitte hab ihn in die Mitte reingehauen ja das war leider zerstört vier autos und geblockt stehe ich so lange werde ich besser im springen ja gut der war weg er war nicht da war nichts mehr zu reißen augen auf im straßenverkehr ja alles gut wenn alle alles gut ist gut jawohl alles gut so alles nach vorne rechten hast du erwischt 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 aber du noch weniger genau in dem moment wo ich genau getroffen hätte auf andere weise gegenseitiges nicht treffen so weg damit befreiung schlagen muss der drachen bursche da schon wieder da kommt ich sage ich habe es immer mit meinem befreiungsschlägen genau perfekt zu irgendwelchen gegner der die fast noch gekriegt wenn ein bisschen früher den boost vielleicht gemacht hätte naja ein torunterschied irgendwie verlieren wir immer mit einem unterschied wir sind nicht richtig schlecht aber wir sind auch nicht so es reicht gerade nicht zum sieg wir sind nicht der burner wir sind eher bernadette nun hier ganz cooles man habe ich den gegner weggekriegt sorry starke was von passen der andere hat ihn auch bekommen jetzt stand ich im weg immer mal was anderes einer muss ja schuld sein so weg pressing pressing gewonnen schlecht 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 ich habe noch versucht ihn raus zu hauen aber es war schon zu schade schade ich hatte das ist schon für schön auf meiner zunge aber ich spiele gemacht hätte wäre als ich werde ich weiter in den Balkon durch aber ich warte mal hinten wo hoch hoch ist dabei kontakt aber richtig schön sehr schön 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 das ist die richtige richtung jetzt müssen wir ihn ja der karabas dann der schön jawoll boom boom in der luft haut er ihn da rein ja auf der pilkarin sah so aus als hättest du ihn daneben gemacht ja als wärst du daneben geflogen bei mir schnellen ach man das hätte fast geklappt ich habe dann keine kontrolle weil ich dann kurzzeitig fliege ja ist ja egal aber wenn du als erster den Ball berühst nein der geht daneben ja weil knapp knappes ding war das auf jeden fall der karabas dann Mensch mach doch was schön schön ich bin bald mal aufgehalten ja aber es war nicht zu nein Karabas tun schön Gemeinschaftsproduktion nein ich brauche einen boost ich habe null boost du hast brauchen wir doch gar nicht Lenn richtig brauchen wir gar nicht schöne Teamarbeit vor allem von dem Typen im rot Lenn steigt hoch weißt du sonst hätte ich ihn reingemacht ja naja ich war eigentlich zuerst da wollen wir ihn mal gönnen den du hast mir im Bus geklaut ich habe das Tor geklaut ja was ist fairer hm ich glaube das Tor weil da freust du dich auch drüber nein wenn ich es mache freue ich mich noch mehr drüber aber hey wir haben immer den Ausgleich wieder sie lassen nach ah wollte ihn schön mitnehmen ja ich hätte da drauf fahren können ich habe dich aber lassen weil ich dachte den kriegst du ganz sicher da ist drin der ist drin 4 zu 3 wir haben noch eine Minute ich will nicht verlieren ja haben wir noch boah der hat einen doppelsteckhauen das hat nicht jeder das hat auch nicht jeder ups ok naja der kommt schon wieder wieder zu unserer Seite geht das ist schlecht die machen immer aus dem Halbfeld immer so richtig gemeine Sachen da so was zum Beispiel der ist richtig krass aufs Tor gegangen richtig gut ja aber ich war ja Gott sei Dank im Tor drin ah verdammt das war schlecht diesmal nicht war nicht schlecht war gut verteidigt oh Jungs Karbost 14 Sekunden No Len schön er ist drin er ist drin ich dachte er wäre zu hoch im ersten Moment 9 Sekunden Vorschluss ja dachte ich auch ich dachte er auch aber schön schön mit der Spitze auch reingezirkelt hehehe bumm Kapo ist dann hätte ihn fast rausgehauen ja hehehe ach unser Mitspieler Glück ja definitiv er ist dabei getrückt ok kein Tor kassieren kein Tor kassieren bloß nichts kassieren blamieren oder kassieren nachspielzeit oh ich bin genau in der Mitte jetzt seht ihr auch nochmal aufgehängt das aufgehängt das heißt ihr seht das jetzt momentan wieder beim Len 16 also er seht die er seht meine Sicht beim Len 16 hehehehe was nein doch weil dein Video jetzt bei mir schon wieder drin ist richtig aber deswegen sehe ich ja nicht deine Sicht ja ihr ich spreche dich nicht mit ihr an schön Rachenbursche ja weißt du wenn ich ich bin so bescheuert ich bin so bescheuert er hätte drin sein können müssen keine Chance müssen dann kann man müssen no no wow Len gut ich bin da oh das ist drin ok erst blöd ja wenn er gut gestanden wäre wäre er drin gewesen äh ok Ball über dir ja ich sehe es der schwebt da über mir hin bin so blöd da ist er denn schon wieder blöd ich bin häufiger mal blöd sind wir das nicht alle mal eine Runde blöd auf den Len 16 hat er ihn nein jeder darf mal nein sagen nein das Programm hat das Programm hatte sich bei mir echt noch nie aufgehängt voll also echt nie und jetzt plötzlich zweimal nacheinander zu heiße Elgato ja ich vermute auch ich tippe auch dass der Elgato zu warm ist nein ich hab ich hatte ein Braintilt ich wusste nicht was ich tun soll passiert passiert dem besten passiert dem besten kann die Elgato ja mal anfassen mh heiß das ist doch kein Wort dafür echt heiß ist echt doch kein Wort dafür ja ich hab Antenne auf Hufweisen das mach ich jetzt mal an dann hab ich vielleicht mehr Glück ja bei mir geht's bei mir geht's mein ist richtig übel heiß auf meiner könntest irgendwas braten glaube ich geht mal zurück ins Hauptmenü ja vielen Dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder falls es noch eine geben wird falls meine Elgato dann vielleicht doch noch mitmacht ja beten wir alle für drachenbursches Elgato ja es kann doch besser werden bis zur nächsten Folge so 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 so